Streik im Kanzleramt. Eigene Mitarbeiter boykottieren Scholz. In einem bemerkenswerten Ereignis innerhalb der deutschen Politik weigern sich die Mitarbeiter des Kanzleramts, eine positive Neujahrsansprache für Bundeskanzler Olaf Scholz zu verfassen. Dies hat zur Folge, dass Scholz, bekannt für seine Abhängigkeit von professionellen Redenschreibern, nun vor der Herausforderung steht, seine eigene Rede zu verfassen. Die Situation im Kanzleramt spitzt sich zu, da fast alle Mitarbeiter sich kurz nach der Auftragserteilung krank gemeldet haben. Dieser plötzliche und massenhafte Krankenstand wirkt verdächtig und scheint ein Zeichen des Protests gegen den Kanzler zu sein. Die Weigerung der Mitarbeiter, eine Rede zu schreiben, die die Regierungsarbeit von Scholz in positivem Licht darstellt, deutet auf eine tiefe Unzufriedenheit innerhalb seiner eigenen Reihen hin. Dies spiegelt sich auch in der öffentlichen Meinung wieder, da Umfragen zeigen, dass weniger als 20 Prozent der Deutschen mit Scholz' Leistung zufrieden sind. Die Mehrheit der Bevölkerung fordert Neuwahlen, was die kritische Lage der aktuellen Regierung unterstreicht. Die Situation verschärft sich weiter, als die letzte verbliebene gesunde Mitarbeiterin, von der man erwartet hatte, dass sie die Rede verfasst, den Raum unter dem Vorwand eines wichtigen Telefonats verlässt und sich kurz darauf ebenfalls krank meldet. Zurück bleibt ein leeres Blatt Papier, ein symbolträchtiges Bild für die fehlende Unterstützung und die ablehnende Haltung der Mitarbeiter gegenüber dem Kanzler. Diese internen Konflikte im Kanzleramt könnten weitreichende Folgen haben. Die Neujahrsansprache des Kanzlers, eine traditionell bedeutende Rede, die normalerweise ein Rückblick auf das vergangene Jahr und ein Ausblick auf die Zukunft beinhaltet, steht nun unter besonderer Beobachtung. Die Öffentlichkeit erwartet mit Spannung, wie Scholz diese Rede meistern wird, insbesondere da seine Fähigkeit, ohne die Hilfe seiner Redenschreiber zu sprechen, in der Vergangenheit zu Kontroversen geführt hat. Die Ereignisse werfen ein bezeichnendes Licht auf die aktuelle politische Lage in Deutschland. Die Unzufriedenheit im Kanzleramt könnte ein Vorzeichen für einen breiteren Widerstand sein, wie der bevorstehende Generalstreik gegen die Regierung Scholz zeigt. Dieser Streik, der bereits in einigen Bereichen der Regierung beginnt, könnte sich auf das ganze Land ausweiten und die politische Landschaft Deutschlands nachhaltig verändern. Insgesamt steht Bundeskanzler Olaf Scholz vor einer beispiellosen Krise. Nicht nur muss er eine wichtige Rede ohne die gewohnte Unterstützung seiner Mitarbeiter verfassen, sondern er sieht sich auch einer wachsenden Unzufriedenheit innerhalb seiner eigenen Partei und der deutschen Bevölkerung gegenüber. Die Neujahrsansprache wird somit zu einem entscheidenden Moment für seine Kanzlerschaft und könnte richtungsweisend für die Zukunft seiner Regierung sein.